Ganz nach dem Filmsitat, Smudo, der Smudo, ich bin der Smudo, nein, ich bin es nicht, weil das ist er. Genau, wir sind bei 24 Stunden Rennen hier in der Nordschleife und wir haben es geschafft, Smudo immer vor die Kamera zu kriegen. Smudo, du bist eigentlich eine deutsche Hip-Lop-Legende, selbst ich bin damit groß geworden. Ich auch. Wie kommt man vom Singen zum Rennen? Das ist eine lange Geschichte und auch schon relativ alt. Ich bin ein großer Videospiel-Affizionado. 1997 oder sowas gab es eine Rennsport-Simulation, sie heißt Grand Prix Legends und die simulierte auf einem PC die Simulation, also die Formel 1 Saison von 1967. Was eine sehr heldenhafte, legendäre Motorsportzeit war, das wusste ich aber alles gar nicht. Die Simulation mit Schwerpunkt Simulation, das war kein Videospiel, da ging es darum, das wirklich darzustellen, diese Autos mit mangelnder Aerodynamik, dicken, fetten, harten Bockelreifen, so profiliert. Noch kaum Werbung auf den Autos. In der sehr tollkühne Zeit, in der auch sehr viele Champions bedauerlicherweise gestorben sind. Es muss ja seine Palette hier wobeifahren. Ja, war klar. War so klar, ne? Ist das auch was leiser? So, und diese Simulation hat mich so fasziniert, dass ich in die Materie eingestiegen bin, mich für Vehicle Dynamics und Fahrphysik theoretisch interessiert hatte und dann tatsächlich auch die, im Simulator besser wurde, im Kart aber auch besser wurde, ganz normal so eine handelsübliche Kartbahn. Und habe dann an einem prominenten Rennen teilgenommen, welches ein Pausenrennen war zwischen Kartrennen von Profis. Hier im Jahr 2000, die Kart Explosion in Köln, da haben Barrichello, Schumacher und wie sie alle hießen, sich in 38 PS Karts behakt. Im Pausenprogramm haben wir unsere normalen handelsüblichen Karts, die Popstars der 90er, Hathaway, Stefan Rabe und auch ich, wir haben uns da behakt. Und ich habe gewonnen. Vor vielen 10.000 Zuschauern, die alle wegen der Formel 1 da sind, da waren viele Eifler da, die hier Motorsport machen. Und die haben gesagt, fahr doch mal ein richtiges Rannauto. Habe mich gut angestellt. Seit 2000 fahre ich hier, seit 2003 mit meinem eigenen Team. Ja, das finde ich natürlich wunderbar. Ihr seid dieses Jahr mit einem Porsche Cayman GT4 dabei. Und das Besondere ist, der fährt wieder mit Ethanol, dem E20, ne? Genau, der fährt mit einer 20-prozentigen Bioethanol-Beimischung. Wir haben ja immer alle möglichen Experimente gemacht, rund um alternative Treibstoffe, aber auch um andere Biotech und wiederverwertbare Stoffe. Wir benutzen viel Bio-Faser statt Kohle-Faser-Teile zum Beispiel. Wir haben vor Jahren so einen fetten Spoiler mal auf unseren Chiracro gebaut. Jetzt haben wir hier die Türen sind zum Beispiel mit Bio-Faser. Wir haben 40 Kilo so aus dem Auto bekommen. Wir müssen quasi künstlich zuladen, damit wir in der Homologet fahren können. Das ist eine Sache. Dann haben wir Öl, welches immer wieder verwendet werden kann mit einer speziellen Reinigungstechnik. Wir müssen quasi nie neues Öl kaufen. Wir nehmen immer das eigene. Und dann haben wir den E20-Antrieb. Das sind die aktuellen drei Säulen unseres aktuellen Bio-Concept-Kars, dem GT4. Auf jeden Fall mal ein geiles Teil. Und vor allen Dingen auch schön der Umwelt zuliebe und trotzdem schnell und laut unterwegs. Ja, es ist natürlich Quatsch. Es klingt wie Rennsport und umweltfreundlich. Es passt so wenig zusammen wie alkoholfreies Bier vom Begriff her, finde ich. Weil Transport im Allgemeinen ist nichts umweltfreundliches. Man muss für eine Straße einen Wald wegmachen. Autofahren kostet immer auch Energie und Ressourcen. Aber es ist ganz wichtig, speziell wenn man sich uns alle auf der Welt ja hoffentlich mal wieder einigen kann, dass wir gemeinsam den CO2-Ausstoß verkleinern wollen. Dann ist alternativer Treibstoff eigentlich eine der Lösungen, die am besten ist, weil man mit relativ wenig Aufwand, ohne Großmotoren zu ändern, damit starten kann. Und deswegen finde ich, ist es schon wichtig. Und es ist auch Hightech, von daher auch für einen Technik-Geek interessant. So, jetzt muss ich auf das Auto schauen. Eine kleine Sache noch. Ich habe dich in einem Simulator gesehen. Dürfe ich dich mal einladen nach Siegborg in einem ActoRacer zu fahren, in einem Fullmotion-Simulator? Ja, ich sage mal ja. Das müsste mich noch checken, aber mich begeistert sowas. Und dann schreibe mir nochmal. Machst du mir die Kollegin? Aber ich muss jetzt los. Die winken schon. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss.